Wie überzeugst du die Leute davon, grün zu werden? Also ich glaube, wir sind die einzige Partei, die Gerechtigkeit wirklich ernst nimmt. Die dafür sorgen wird, dass Steuerhinterziehung in Deutschland nicht mehr stattfindet. Von gerechtem Handeln und von solidarisch sein. In Innovationen, in Bildung. Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen auch ein Argument, was die Leute überzeugt. Hoffe ich. Also ich gehe auf die Straße und gucke erstmal, was es für ein Mensch ist. Ich gehe natürlich von mir aus, von meinen Überzeugungen. Über die Themen, die mir wichtig sind, zu reden. Die Frage, die sie mir stellen, die muss konkret beantwortet werden. Und mich auf Diskussionen einzulassen. Wenn er Inhalte haben will, dann kriegt er Inhalte. Und zeigen, dass Grün die richtige Lösung hat. Manchmal mit Erfolg, manchmal mit weniger. Aber probieren muss man es. Ich werde die Leute davon überzeugen, dass wir für eine moderne Gesellschaftspolitik stehen, in der Gleichberechtigung von Mann und Frau ganz wichtig ist. In der Landwirtschaft geht ganz viel schief und ich glaube, wir sind diejenigen, die das am glaubwürdigsten rüberbringen und auch dahinterstehen, dass wir eine echte Wende in der Agrarpolitik wollen. Ich möchte zusammen mit der Grünen Jugend vor allem auf die Straße gehen und Aktionen machen. Und durch die Aktionen dann ins Gespräch kommen. Man muss authentisch sein. Die Gebiete, wo immer gut ist, die sollten wir in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen von Tür zu Tür gehen und den Leuten persönlich erklären, wie wir am 28. September regieren wollen. Ich werde sehr stark über außenpolitische Themen diskutieren. Dann haben wir die Notwendigkeit einer neuen Mobilität. Es ist viel mehr Kosmopolitismus möglich und auch viel mehr Europa. Investitionen in die Infrastruktur, die man benennen muss. Und wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der jeder die gleichen Chancen hat und jeder das Gleiche erreichen kann. Ich finde, die Menschen ist wichtig und alle die Dinge. Das metabolische Aufmerksamkeit in der Schule geht. Das war, die Tisch in der Nähe desauss παresen. Das ist die Nähden, die Menschen sind wichtig und die Leute für die Menschen sind wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020